Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends, da wollte ich mir grad vor rein reden, oder heute? Bin ich etwas schneller als mein Schatten? Ja, hallo. Ja, es war so lange still und dachte mir, dann nimmt er jetzt raus. Ja, mein... ...quatsch einfach mal los. ...schmiert irgendwie jetzt immer bei der ersten Aufnahme ab, da muss ich nochmal neu starten und ich... ...keine Ahnung was los ist. Lass dich nicht eiskalt erwischen. Achso, ja, da hab ich mir gedacht, quatsch jetzt einfach mal drauf los und, äh... Oh, ich hab die Hälfte wieder mal vergessen. Ja. Jedes Mal, wenn ich den Supporter mache, vergesst du die Hälfte einzukaufen. Checo ist hier. Oh, das war ja. Loll. Genau. Okay, er hat seine Boxen zuerst gespielt. Ins Spielschritt war ja. Du hast erst den Spare gespielt, oder? Ne, jetzt erst den Heal des Mordfums. Ich muss immer, weil... ...weil die Käthe kann zurückgehen. Haha. Ich habe das Werkzeug für den Job. Ich mein, der hilft zwar nicht viel, aber ich hab's gemerkt, meine... ...die Spare gespielt, oder? Ne, jetzt erst den Heal des Mordfums. Ja, bis jetzt hab ich mit dem Heal beim Support bessere Erfahrungen gemacht. Ja, wir sind aber immer... ...woah, das ist wieder so im Game, wo ich nichts treffe. Hatte ich gestern, da hab ich die ersten drei Waves nicht ein einziges nach hinten gebrochen. Das war mega schlecht, ey. ...wie ist das? Ja, das ist ja... ...aber wirklich was anderes... ...blieb hier ja auch nicht mehr übrig. Doch, sterben! Haha. Tolle Option, ne. Für die schon. Wer lässt sich nicht gerne von einer Kanone zeigen? Diese flöten Boxen. Wie lange halten die Boxen? Du kennst dich doch mit Schöpfen aus. Eine Minute. So, Catelyn hat den obersten Busch geworden. Das höre ich auch mit schwer. So, da habe ich sie getroffen. Ja, nice. Nein, Mist. Ja, hat natürlich nicht geklappt. Catelyn muss die Ahnung. Das ist wieder so ein Game-Busch-Travel. Genau. Hä? Jetzt habe ich schon zweimal ein Speer in den Busch reingehauen und nichts getroffen. Was ist das denn? Keine Ahnung. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Was blöd in die Boxen, ey. Okay, das war das kurz. Catelyn hat Hilfe von der... Verfehlen. Ich. Einmal. Ich muss ein bisschen erfahren. Die Katelyn muss zurück. Denke ich mal. Die hätte ich jetzt mit dem Speer nochmal aufstehen getroffen. Schade, ich habe sie nicht getroffen, ey. Ja, mit dem Speer kamen wir jetzt auch zu spät. Ich boxe. Geh mal nochmal schön Geld. Schenken Sie vor, dass es sich unbedingt das beste würde ich sagen. Aber diese blöden Boxen machen wir ganz schön, muss ich ehrlich sagen, machen wir ganz schön zu schaffen. Ja, sehr froh, dass da nicht AP geht, dann können die Boxen nicht für mich killen. Na, wer weiß, vielleicht geht der ja doch AP. Ne, er hat AD-Roh im Sinne. Was sind das denn? Ich glaube, ich gehe aber gleich weg, weil ich 800 habe. Schenken ist irgendwo Glück. Nein, ich habe keinen Warner mehr. Schenken würdest im Busch eine Box setzen, gell? Zeig es dir gleich. Ja, da ist einer. Ja, hat er. Das Werkzeug für den Job. Hast du dein Mana-Ding schon benutzt, oder? Ja, ja, das hatte ich vor. Und wo du absolut kein Mana mehr hattest. Oder fast kein Mana. Du bist aber ein netter Support. Tja, mal ein bisschen immer gucken, ja. Ich habe hier richtig gesehen, könnte ich... Na, wo ist er. Sorry, Jungs. Die flauschigen Manchellen liegen zu Hause. Oh, das war jetzt nicht so toll. Schatz, äh... Ja, das kam jetzt etwas überraschend. Aber ich denke, das sollte es auch. Lass dich nicht eiskalt erwischen. Wie gesagt, das sind ja alle... ...zupacken. Das war mir ein Problem. Eine heiße Spur. Ja. Warte, 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 warte. Geh nicht zu nah dahin. Ich habe meinen Trank auch noch gehabt. Willst du zurückgehen, oder soll ich dich nochmal... ...richtig healen? Und Mana? Nee, nee, nicht den Heal benutzen. Aber healen kannst du nämlich schon ein bisschen. Soll ich dir Mana geben? Auch das wäre nett. Genau jetzt. Wenn du deinen Speer hast, dann ist es Zeit, jetzt die Caitlyn zu killen. Ja, ich... Warte. Das ist die blöden Boxen. What the fuck? Ah, nein. Ich habe die Box nicht beachtet. Ja, das ist... Ich habe diese beschissene Box nicht beachtet. Ich liebe eine gute Verfolgungsjagd. Ich habe die Box nicht beachtet. Wer ist... Wer feedet denn hier? Der LeSinn ist gefeedet. Könnte ein Niederlieb gewesen sein. Äh, LeSandra kommt. Oh mein Gott, LeSandra kommt. Gefeedet, der hat... Der hat eigentlich... Zwei Kills. Bin ich etwa schneller als mein Schaden. Ja, aber ich bin noch einmal an ihm gestorben, also... Shaco kommt auch. Skillshot wäre nicht schlecht, genau. Ah, dann kill ihn mal weiter. Ich habe meine Ultima. Oh, ne. In dem Moment... In dem Moment macht den Schritt zur Seite. Ich hasse das, wenn dann auch noch andere Gegner davor springen. Oh, die Caitlyn habe ich auch nicht getroffen jetzt. Ja, also hat er auch noch zu viel ihr Leben. Von hier holt er jetzt noch nicht. Und? Ein Gegner wurde getötet. Was war das denn jetzt? Nein! Ja, ich bin der doch hinterher gerannt. Als wenn ich... Wenn ich... Dann war das eigentlich dadurch meine Ultima. Na egal, passt schon. Ja, und ich wollte vorher noch ein Speer drauf werfen, damit die... Ich liebe eine gute Verfolgungsjagd. Ich liebe eine gute Verfolgungsjagd. Ich verstehe es nicht. Na ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Eine heiße Spur. Ich finde es gut, dass sie mich farben lassen. Caitlyn ist immer noch nicht Level 6. Oh oh... Da ist Shaco gewesen. Hm, der ist in meine Pfeilen reingelaufen. Der hat da eine Box oben in den Busch gesetzt. Als nächstes brauche ich 1,5k. Warte, ich kann ihr ein bisschen Mana geben. Das ist aber lieb. Ja, so bin ich manchmal. Ey, jetzt noch 1-Skill schon trifft, dann wird das vielleicht was. Treffer. Aber trotzdem nichts, sie hat noch zu viel Leben. Wenn ich jetzt aber noch eine Attacke setze, habe ich keinen Mana mehr für die Öl dienen. Dann würde ich noch einen Skill-Shot setzen. Oh, echt jetzt noch? Ah, ich gehe zurück, das wird nichts. Ja, ich habe es einfach gekauft. Ja, das ist blöd, ey. Au. Die ist irgendwie noch stehen geblieben und hat sich zurückgebotet, ey. Naja, ich bin zwar jetzt gestorben, aber das war es mir irgendwie wert. So. Ich kann mir aber nichts kaufen, schade eigentlich. Ich habe nur 1,2. Dann kann das nicht mehrüssigen. Die sind noch arg. Ist das nicht mehr, was sie von Schacken zu sehen? Ja, ich bin ja. Ich bin ja noch nicht mehr in den letzten Plänen. Das fühlt sich als auch mal. Ja, das ist eh, was ich noch nicht verliebt. Wie ist das denn, wenn du? Ich bin ja noch gut. Dann nicht mal die Schärfe. Der Schärfe ist ein trocken! Das ist ja gut. von hier, nach hier fliegt. Bin ich etwas schneller als mein Schaden? Ich trifft man eigentlich meistens. Ich weiß schon. Warum hab ich denn? 54 und sie hat... Ich hab 8. Ja, soll ja auch so sein. Lass dich nicht eiskalt erwischen. Boah, boah, boah. Boah, was macht die alte Sende? Oh nein, Hilfe! Ja, was machst du denn? Klasse! Ja, zum Feinde hier. Ja, das war das Problem. Wo ich nämlich reingesprungen bin, bin ich nicht davon ausgegangen, dass plötzlich auch noch 3 andere um die Ecke kommen. Kam ja auch von niemandem SS hier. Ja. Juhu, da ist es euch. So, das ist wieder so knapp hier. Huuu. Jetzt kann ich da noch weggehen. Ja klar, gegen so viele Schildzer ausrichten. Ja. 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 Sonst wird es hier nichts mehr. Da ist Cheiko. Er hat die Box gesetzt. Ach, nein. Ich denke wir werden das verlieren, die sind so gut für ihren Remade. Nicht daran! Na klar, wenn vier Spieler zusammenspielen... Eine heiße Spur. Gegen Leute, die wo zwei zusammenfielen. Sehen wir uns das näher an. Ein Ulti macht bei uns ja noch kaum Schaden. Deiner? Ich bin noch nicht weggegangen und habe mir noch kein Schaden item gekauft. Trepp den langen Lauf des Gesetzes. Warte, ich warte mal den Schluss hier. Ich gehe jetzt auch back und kaufen mit uns. Ich liebe eine gute Verfolgungsjagd. Back Rebase. So, ok, dann gehen wir mal zurück. Wir hoffen, dass wir das noch reißen. Momentan steht es ja besonders gut für uns. Ich habe schon Besseres gesehen. So. Wir brauchen noch ein bisschen Geschwindigkeit. Noch ein paar Heald Ranker. Ranker. Bin ich etwas schneller als mein Schaden? Dann geht es zurück. Die Kater ist ein Freakill. Die sind beide ein Freakill. Ne, das ist nicht der Richtige. Das hätte ich dir auch so sagen können. Glaubst du wirklich damit stehen? Ja, aber mit meiner Katze. Bei meiner Katze vervahre ich kein Mana. Ja, aber diese Kopie macht ja Damage. Das ist Damage, den du nicht vertragen kannst, weißt du? Das heißt, wenn ich die Kopie töte, dann kriegt dieser Mensch dadurch, ja. Ja.